Was ich hätte jetzt können machen, ist wieder meine Strecke durch die Stadt durch und dann am Bahnhof fahren herum. Wir in Freiburg. Das geht ja weiter, wenn die Ampel rum ist. Das ist ja nur, weil die Ampel rot ist. Genau. Gut, du kannst jetzt natürlich auf die rechte Spur und rechts fahren. Ich kann jetzt auf den Bahnhof. Mach das, mach das. Warte mal, das geht schneller. Das geht schneller, ja. Genau. Das geht viel schneller. Das ist das Party jetzt. Äh, Quatsch, Schwaben. Das machen los. Äthär. Das war's. Das ist die Uhr, ist es? Nein. Das ist die Innenstadt. Das ist die Innenstadt. Kann man warten? Ja. Das ist die Innenstadt. Das ist die Innenstadt. Das ist die Innenstadt.